Guten Abend, wie möchten Sie alle zu unserem Symposium Gestalterinnen Frauen, Design und Gesellschaft in Wien der Zwischenkriegszeit willkommen begrüßen. Wir beginnen gleich, aber egal, wir wollten uns noch sehr herzlich bedanken bei Michael Holter und bei Anne-Kathrin Rosberg für die Vorungen. Vielen Dank. Und wir beginnen gleich mit der Rundtischdiskussion, ungeteilte Aufmerksamkeit, brauchen wir Frauenausstellungen? Und es ist mir eine große Ehre, meine Kolleginnen vorzustellen. So, Sabina Fellner ist Kunsthistorikerin und beschäftigt sich als freie Ausstellung Kuratorin mit gesellschaftspolitisch aktuellen Fragen. Zum Beispiel in der Nackte Mann 2012 und Rabenmutter 2015 im Lentus-Kunstmuseum Linz. Die bessere Hälfte jüdischer Künstlerinnen bis 1938 mit Andrea Winkelbau, sie ist auch im Jüdischen Museum in Wien. Und sie haben auch einen Preis gewonnen, Hand und Lehrgrundigpreis 2017, die Kraft des Alters 2018 und Stadt der Frauen 2019 in Belvedere in Wien. Women Now 2018 in Austrian Cultural Forum in New York. Und 2021 Wilde Kindheit im Lentus-Kunstmuseum Linz. Ihre aktuelle Ausstellung, ja es gibt noch eine Ausstellung mit Markus Patka. Jedermanns Juden, 100 Jahre Salzburger Festspiele. Es ist bis Ende November im Jüdischen Museum Wien zu sehen. Ann-Kathrin Rosberg ist seit 2019 Leiterin der Sammlung Metall- und Wiener Werkstättenarchiv. Sie studierte Kunstgeschichte in Wien, Forschungen zu Interieurs- und Mobilgeschichte, speziell zu gesellschaftsspezifischen Räumen. Bis 2003 Kuratorin im Markt, Lehrbeauftragte an der Universität Wien bezüglich der Universität für angewandte Kunst, wissenschaftliche Leiterin des Anton-Feister-Torps-Forums Maishofen, langjährige Mitarbeiterin der Kunstlehrgruppe Gelatin, Forschungen zu Gebrauchsgrafik und Kunstblättersammlung im Markt. Sie ist Herausgeberin eines Bandes über die Kunstlehrgruppe Gelatin und mit Herausgebern mehrere Kataloge, darunter über Dagebot Peche und Autorin einiger Artikel über die Wiener Moderne. Elisabeth Schmuttermeier studierte Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Wien, 1978-80 wissenschaftliche Mitarbeit an der niederösterreichischen Landesausstellung, 1979 Promotion zu Doktor der Philosophie, seit 1938 arbeitete sie im Markt, drei Jahre als Kuratorin in der Bibliothek und Kunstblättersammlung im österreichischen Museum, heute vorangewandte Kunst heute mag und viele Jahre von 1984 bis 2018 Leiterin der Metallabteilung und das Wiener Werkstätte Archiv. Dann Publikation zum Thema Wiener Werkstätte, Kunsthandwerk um 1900, Wiener Silber, Eisenkunstguss, Bestecke vom Mittelalter bis zur Gegendart und Schmuck, 15 Jahrhundert bis 20 Jahre, viele Publikationen. Sie ist Mitglied von ICOM und zeitweise Präsidentin für International Committee of Decorative Art and Design und Jury-Mitglied für zeitgenössischen Schmuck für den Eligus Schmuckpreis der Stadt Salzburg und der Goldschmitteinung in Wien. Claudia Cavalier ist Architektin und Gestalterin und sie ist auch eine gute Kollegin und sie hat auch publiziert, sie studierte Architektur bei Hans Hollein und Greg Lien nach Mitarbeit in verschiedenen Architekturbüros, unter anderem bei der Next Enterprise, ist sie seit 2010 selbstständig in ihrer Arbeit, setzt sie sich mit dem Unauffälligen und Zufälligen und Gewohnten in der Architektur auseinander. Zwei Projekte sind öffentlich zugänglich, die Bad Apache und das Untergeschoss der Restaurant Berger und Lohn in Wien. Das Haus Markt 67 kann gemietet sein, es wurde zum besten Haus 2015 des Bürgerlands gewählt, seit 2019 im Vorstand der österreichischen Gesellschaft für Architektur. Gestalterin, sie ist Gestalterin oder die Designerin von den folgenden Ausstellungen. Ja, Frauen der Wiener Werkstätte, which is great, it is super, wir haben alles gesehen. Dann Buchholz vielschichtig 2009 Mark, 19 Mark, Post Otto Wagner 2018 auch in Mark und Utopienpulse in Sessation 2014. Willkommen zu Ihnen. Ja, so, es hat lange gedauert, ja, 60, 70 gibt es die erste feministische Diskussion, wo man entdeckt plötzlich, dass es gab auch Künstlerinnen in der Geschichte. Aber es hat in Österreich ein bisschen zwei Jahrzehnte gedauert bis 1990. Es gibt auch ein Buch von Peter Grossen 1980, ja, über Frauen in der Kunst, aber es hat eigentlich begonnen mit Sabine Plaklum 1994, diese Recherche über Künstlerinnen in Österreich. Und dann gab es eine Reihe von Publikationen, auch von amerikanischen Kolleginnen, Julie Johnson und jetzt letztlich Megan Branderfeller. Aber es gab auch ein paar Ausstellungen. Es gab ein Kunstforum, aber es gab wirklich ein Kunstforum. Dann gab es eine Ausstellung im Jüdischen Museum über ein paar Ausstellungen eigentlich. Andrea Winkelbauer ist verantwortlich für ein paar Ausstellungen, über die Fotografinnen, über die Künstlerinnen, so, es gab bis jetzt über Wiener Werkstätten. Und trotzdem, ich muss schon sagen, es schaut, wenn wir sehen, unser Publikum, als ob es eine Woman's Domain ist. Es hat nicht wirklich ein Echo irgendwie gebracht, obwohl die Arbeiten sind hervorragend und die Themen sind wirklich... Wieso hat es, wieso glauben Sie, Entschuldigung, jetzt eine neue Frage, wieso hat es sich so entwickelt, dass es nicht so eine starke Resonanz gab, wie man erhofft hat oder Frau erhofft hat? Ich glaube, es ist offen. Können Sie mich... Ah ja. Also ich glaube, ich muss Ihnen ein bisschen widersprechen, weil Ausstellungen über Künstlerinnen haben eigentlich vergleichsweise sehr hohe Besucherzahlen. Also die jüdischen Künstlerinnen damals waren sehr gut besucht, da weiß ich jetzt keine Zahlen, aber die Stadt der Frauen beispielsweise hat 150.000 Besucherinnen gehabt und damit lag die Ausstellung im Spitzenfeld, obwohl sie weniger als vier Monate gelaufen ist. Das heißt, pro Tag sind ungefähr 1290 Besucher und Besucherinnen durchgegangen. Und das zeigt also schon, dass das Thema gut angenommen wird und dass es auch eine Neugierde gibt, sich mit der Kunst oder mit dem Kunstschaffen von Frauen auseinanderzusetzen. Und auch die Presseresonanz war sehr hoch, auch die internationale Presse hat sich sozusagen damit auseinandergesetzt. Das war auch schon bei der Ausstellung die jüdischen Künstlerinnen der Fall. Und letztendlich wurde diese Ausstellung auch für den Artkuratorenpreis 2019 vorgeschlagen. Ja, also ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Ausstellungen über Künstlerinnen schon sehr wohl wahrgenommen werden und auch begeistert wahrgenommen werden. Wie waren die Reaktionen auf Frauen der Wiener Werkstätte? Die Reaktionen sind großartig. Sie ist sehr gut besucht, Zahlen habe ich leider auch nicht. Aber auch, was ich an E-Mail-Resonanz bekomme oder Direktdurchführungen, die Ausstellung ist tatsächlich beglückend. Das kommt oft vor. Da strahlen sogar die E-Mails, habe ich so das Gefühl, wenn ich das so lese. Ich glaube auch, dass vor allen Dingen in den letzten fünf Jahren die Bedeutung der Frauenausstellung zugenommen hat und auf eine sehr breite Resonanz gestoßen ist. Es gab die Ausstellung über die Hellerau-Frauen, über die Bauhaus-Frauen wurde auch viel publiziert. Es gab die Ausstellung Frau Architekt, die in Deutschland seit 2017 bis 2020 getourt hat. Es gibt jetzt eben, also in Wien gab es eben die Vielzahl, auch in Frankfurt die Sturmfrauen beispielsweise und die Surrealistinnen. Genau, genau. Und das geht jetzt auch weg eigentlich von dieser Gruppe zu den Einzeldarstellungen. Also es gab ja eine Anni Albers-Ausstellung jetzt auch gerade oder Sophie Teuber-Arp. Es wird geben eine Felis Ricks-Ausstellung in Japan jetzt im Dezember, Jänner. Und es wird nächstes Jahr auch eine Walli-Wiesel-Tier-Ausstellung in Deutschland geben. Also wir kommen jetzt ein Glück auch dazu, Personal zu haben und nicht immer nur den Blick auf die Frauen. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Resultiert aber daraus, dass wir diese Gruppenausstellung haben, dass wir eben erkennen, wo wollen wir jetzt nachhaken oder wo wollen wir jetzt noch eine genauere Darstellung. Oder es hat sich ja jetzt eben gezeigt in der Beschäftigung mit diesen vielen Frauen, wer da wirklich herausragt und wer eine Einzeldarstellung verdient auch und so. Also es geht in die Richtung, was gut ist, weil sonst, wir haben ja immer nur die Männer-Ausstellungen. Wir haben jetzt dann schon wieder eine Hoffmann-Ausstellung. Es ist auch nochmal wieder eine Dagobert-Pech-Ausstellung geplant. Und wir wollen jetzt eigentlich oder ich im Weiteren also dem jeweils immer eine Frauenausstellung auch entgegensetzen. Also das ist mein Ansinnen. Ich möchte auch noch dazusagen, es hat auch früher Frauenausstellungen gegeben, aber meistens also Einzelausstellungen wie zu Angelika Kaufmann, zu Sophie Nisbanque wie Sola, zu Bronzia Koller. Also das hat es schon gegeben. Aber das waren halt so einzelne Persönlichkeiten. Und ich glaube, das Problem ist einfach, also das Wichtige ist die Qualität der Dinge. Kann man das ausstellen? Ich glaube, das ist das Hauptsächliche, warum man eine Ausstellung machen soll über irgendeine Person. Und das Problem ist schon auch natürlich, dass die Frauen, das wissen wir ja auch nicht so wirklich, als Künstlerinnen zum Teil zugelassen waren. Es gab schon einige. Aber das zu erforschen, deren Biografien ist sehr viel schwieriger als die zu den Männern, die eigentlich relativ gut wissenschaftlich aufgearbeitet sind. Deswegen glaube ich, gibt es auch weniger Frauenausstellungen zum Teil. Das bestätigt wieder auch das, was Sie gesagt haben. Es ist leider immer noch notwendig, Frauen Überblicksausstellungen zu machen, weil sehr viel Forschungsarbeit neu gemacht werden muss. Also die Wissenschaft hat ja schon eben mit Sabine Plackholm-Forst-Huber oder Julie Johnson da eine ganz, ganz wichtige Basis gelegt. Und ich glaube aber, dass, also so verstehe ich meine Arbeit als Kuratorin, das an ein breites Publikum zu vermitteln. Und zwar so zu vermitteln, dass es wirklich eindrücklich in den Köpfen hängen bleibt. Also wenn man in diese Ausstellung geht, das ist so überwältigend prachtvoll, das vergisst man nicht mehr. Wenn ich einen Bildband durchblättere, ist das ganz was anderes. Genauso in der Stadt der Frauen. Einige Künstlerinnen hat man gekannt. Viele sind vergessen worden. Das werden wir dann vielleicht auch noch später besprechen. Und es ist natürlich ganz was anderes, eine Fachliteratur zu lesen, als in einer Ausstellung konfrontiert zu werden, auch mit der Qualität dieser Arbeiten. Das ist noch eine Frage. Es gibt zwei Sachen hier. Die Tatsache, dass viele wurden vergessen. Ja, wir müssen sie neu entdecken. Und deswegen haben sie gewählt, die Porträts am Anfang. Auch im Start der Frauen und auch jetzt die Porträts. Weil niemand hat die Frauen gekannt. Niemand hat gewusst, dass es gab so viele Frauen. Es gab so viele Künstlerinnen. Und dann, dass sie überhaupt ein Gesicht haben. Und dann die Frage ist über ihre Autorenschaft. Ja, wir versuchen jetzt heute Retrospekt, ihre kreative Lizenz irgendwie zu reklamieren. In Retrospekt. Und die Frage über Kriterien. Ob wir benutzen oder wir dieselben Kriterien von Männern und Frauen in unseren Ausstellungen. Oder das ist eine Sache. Darf ich nur kurz was einwenden? Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach auch die Direktoren und Direktorinnen der einzelnen Museen dazu bekommt, diese Ausstellungen zu machen und denen diese Personen nahezulegen. Weil wir haben zum Beispiel auch der Neuen Galerie in New York diese Ausstellung angeboten. Und die war überhaupt nicht daran interessiert. Nein, inzwischen ist es. Sehr gut, weil das einfach, wenn das einfach, die keine Namen waren, die dem Herrn Lauder irgendetwas gesagt haben. Aber es freut mich zu hören, dass die jetzt inzwischen doch sehr interessiert. Ich hoffe, die Irene Preiss ist aufgesprungen sozusagen. Es wird wahrscheinlich eine reduzierte Ausstellung sein. Aber Sie haben es schon mal gesagt, dass Sie es machen wollen. Sehr gut. Weil Sie angesprochen haben, dass wir, und ich glaube, das machen eigentlich fast alle Überblicksausstellungen, dass es den Kuratorinnen und Kuratoren wichtig ist, die Gesichter zu zeigen. Ich kann die Gegenfrage stellen. Wieso kennt jeder die Gesichter von Klimt, Schiele, Koschkoschka, Moser und so weiter und so fort. Das ist selbstverständlich. Also ich glaube, wir müssen kunstschaffende Frauen zur Selbstverständlichkeit machen. Also Bronzia Koller muss man erkennen, Wally Wieseltier muss man erkennen. Den Ehrgeiz habe ich schon. Oder ich will jetzt nicht einzelne Namen aufzählen. Claudia, danke. Claudia, wie hast du deine Rolle gesehen? Als künstlerische Intervention oder deine Gestaltungsarbeit, wie hast du es vorgestellt? Also ich fange jetzt vielleicht mit hinten an. Ich habe das interessant gefunden, dass du, auch mit dem, was du geschickt hast, dass es um die Gesichter von den Frauen gegangen ist. Und wir haben zum Beispiel, wir haben es ein bisschen anders gelöst. Wir haben die Frauen am Ende gezeigt. Also es ist ein bisschen, die Überlegung war ein bisschen, wie man die Aufmerksamkeit einteilt. Unsere, unser Anfang, also die ersten Mal, wo wir uns getroffen haben, war ein bisschen so trotzig oder so. Also ich kann mich erinnern, das war die erste Reaktion, war, okay, jetzt macht man eine Frau in der Ausstellung. Eigentlich hätte es heißen sollen, die Künstlerinnen der Wiener Werkstätte, das kann ich mich noch erinnern. Und dann ist es geändert worden in Frauen. Und das war mal das erste, da haben wir dann so blöde Witte gemacht, da haben wir gesagt, ja, dann zeigen wir halt auch die Verkäuferinnen, dann zeigen wir halt auch die Kundinnen. Weil es einfach so eine Art von Andersbehandlung war, es ist dann eben eine Frauenausstellung geworden. Das kann ich mich noch erinnern, das war so ein Thema. Und das zweite war dann, ich habe diese ganzen Sachen nicht gekannt. Also das waren Sachen, die du nie gesehen hast. Und das ist nicht der Look von der Wiener Werkstätte, wie wir es kennen. Das ist ein völlig anderer Look. Und ich habe das so super gefunden und ich habe dann zu Anne und zu Elise und wir waren sofort irgendwie auch gleich so, ja, ja, das machen wir so. Es war so, es wird nicht vorkommen, was da los drüber gesagt hat. Und es wird nicht vorkommen, was da so und so drüber, because who gives a flying fuck, ganz ehrlich. Sondern es wird einfach das gezeigt, was sie gemacht haben. Und es wird so gut ausschauen, dass jeder sagen wird, wow, und warum haben wir uns das nicht angeschaut. Und das war eigentlich alles, woran ich gedacht habe. Also es war kein besonders komplexer, sondern ich habe mir gedacht, das ist so gut und das muss man so sagen, wie gut das ist. Aus. Also mehr hat mich wirklich nicht, weißt du, ich meine, natürlich hast du da einen kleinen Detail, hast du Entscheidungen. Aber die grundsätzliche Überlegung war das. Und was ich super gefunden habe, war ein bisschen so, einfach die Geschichte selber. Also dass du eine Werkstatt hast, wie die Wiener Werkstätte, die mitten im Krieg, während der Wirtschaftskrise, die einfach flott weiterarbeitet, ja, also nicht nach links und nach rechts und einfach Luxusgüter erzeugt. Das ist ja jetzt auch nicht, wie soll man sagen, das ist ja keine hohe Kunst, sondern die haben schon einen kulturellen Anspruch gehabt, aber das waren natürlich auch Waren, die wir hier zeigen. Und das habe ich total interessant gefunden, auch diese Begehrlichkeit, mit der diese Frauen auch sehr super gespielt haben. Einfach was zu erzeugen, was du haben willst oder was sich auszudenken, das habe ich so interessant gefunden. Und das waren die, das habe ich versucht halt irgendwie, dass man das Gefühl hat, dass man sich das anschaut und denkt, ich will das haben oder ich will mich damit auseinandersetzen. Ich muss ehrlich sagen, also ich glaube, ohne Claudia würde die Ausstellung nicht so ausschauen, wie sie aussieht, denn sie ist sofort auf unsere Ideen aufgesprungen und sie war wirklich die kongeniale Partnerin. Also mehr kann ich dazu einfach wirklich nicht sagen und hat fantastische Ideen dazu gehabt. Und das war ja der Grund, warum ich eigentlich schon, wie ich noch Kuratorin hier im Haus war, immer wieder überlegt habe, eine Ausstellung über die Künstlerinnen zu machen. Weil wenn sich so lange Jahre wie ich sich mit den Blättern, und es sind zum Teil natürlich zweidimensionale Dinge, mit den Entwürfen der Künstlerinnen der Wiener Werkstätte beschäftigen, und ich bin eigentlich sehr, ich bestehe auf dem Wort Künstlerin und nicht Frauen, dann sehen Sie, welche wirklich großartige Arbeiten da abgeliefert worden sind. Und es hat mir immer sehr leid getan, dass das nie angefragt wurde bei Ausstellungen, dass sich niemand dafür interessiert hat, aber auch zum Teil, weil es niemand kannte. Und erst in dem Moment, wo wir dann diese Datenbank eingerichtet haben, wo die Entwürfe dann auch wirklich online zu sehen waren für jedermann, nicht nur die Beschreibungen, da glaube ich, da hat man dann wirklich erst dann gemerkt, welch großartiges Potenzial es ist und wie wichtig es ist, dass man diese Dinge auch zeigt. Darf ich nur eine Sache sagen, die vielleicht wichtig ist? Was mir noch aufgefallen ist, und das ist wirklich, das ist während man sich damit beschäftigt hat, ist mir das aufgefallen. Da hat es dann auch eine Diskussion gegeben in der Direktion, was die Frauen alles nicht haben dürfen. Also sie haben zum Beispiel eine bestimmte Zeit lang nicht Architektur studieren dürfen, beziehungsweise waren sie halt nicht Architektinnen. Und das ist ein bisschen so thematisiert worden, dass sie eben auch keine Möbel entworfen haben, und was ich so interessant finde, ist einfach auch ein Shift von was wird gezeigt. Also durch das, dass das Medium ein anderes war teilweise, eben nicht Architektur, sondern eben diese kunsthandwerkliche Produktion, ist diese Ausstellung gemacht aus lauter Dingen, die du sonst, da hat die Angela zum Beispiel auch gesagt, das ist immer so ein bisschen behandelt worden, als ja, ja, das haben wir halt auch, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und das habe ich aber auch total interessant gefunden, dass plötzlich Textilien oder Dinge, die man, die jetzt vielleicht durch das, also vielleicht anders sagt, welches sind Ausstellungswerte, Objekte oder Themen, ja, sind Textilien was, was Ausstellungswert ist und was sagen sie aus, ja. Und das habe ich total interessant gefunden, dass es dort auch ein Shift gibt. Nicht nur, dass es Frauen sind, sondern auch, dass bestimmte Techniken oder Erzeugnisse oder, ja, Entwurfsgruppierungen oder Typen plötzlich ein Publikum finden. Das, und das ist für mich zum Beispiel interessant, also gerade dieses Textile als Architektin für meine Arbeit. Ich wollte noch dazu sagen, es ist zum Beispiel auch nicht, uns nicht klar geworden, warum zwar in der Vereinigung Kunst im Hause Frauen sehr wohl Möbel entwerfen, die auch dann produziert werden und verkauft werden, aber warum dann zum Beispiel 30 Jahre lang hier überhaupt nichts passiert, warum man den Frauen nicht zutraut, Möbel zu entwerfen, ich weiß es nicht. Oder gab es sogar auch Entwürfe, nur sind die unbekannt und das hat sich kein Mensch ausgeführt. Was nur eben auffallend war und das glaube ich, haben schon auch die künstlerischen Leiter der Wiener Werkstätte, wie ein Hoffmann zum Beispiel, erkannt, dass das Potenzial der Frauen, wie er es gesehen hat, auch von den Studierenden aus der Angewandten, in erster Linie im grafischen Bereich lag, und dann natürlich auch in diesem Stoffbereich und offensichtlich aber sie nie angefragt wurden, ob sie auch vielleicht einmal ein Möbel entwerfen können. Die rosa Creme, das eine Stück ist eine Ausnahme, es gibt ganz, ganz wenige Stücke, aber im Großen und Ganzen weiß ich nicht, warum den Frauen faktisch die Möbel nicht zugetraut worden sind. Also soweit ich weiß, hat ja sogar auch Fanny Harlfinger-Zerkutzka auf der Kunst schon ein ganzes Kinderzimmer entworfen, nicht, mit Möbeln, ja und dann, ja. Ja, aber es bringt mich noch eine Frage. Es gibt eigentlich im Akt selbst, es gibt die Schutte-Liotzki-Frankfurter Kuchen, es gibt auch ihr Schlafzimmer von Neubacher, es ist gestellt, es gibt auch ein Sessel, Franz Sinker und Friedl Dicker hier. Und ich glaube, es gibt auch eine Arbeit von Kolomosser von Berta Werendorfer als Mäzenin. Sie hat es bestellt. Brauchen diese Objekte mehr Aufmerksamkeit im Museum? Sollen wir es extra bearbeiten, weil Frauen waren damals nicht Teil von Kanon und jetzt sind sie irgendwie zurück in den Kanon reklamiert? Brauchen Sie diese Objekte extra Aufmerksamkeit in der Dauerausstellung? Also Sie meinen, ob man sie extra kennzeichnen muss? Ja, nein, mehr Geschichte, mehr Hintergrund, mehr Fotografie, mehr Information über Schutte-Liotzki. Es gibt ein Sammelband jetzt, es gibt mehr Recherche, brauchen wir ein Spotlight über diese Objekte? Ja, ich glaube, das ist eine Frage der Ausstellungsgestaltung. Wenn Sie eine Ausstellungsgestaltung haben, wo Sie Fotos zulassen, dann können Sie das auch machen. Aber unser Problem war ja ein bisschen, und das sieht man in der Ausstellung, dass der Großteil der Arbeiten zweidimensional ist und das meiste ist Grafik. Und Grafik, das weiß man, hat Probleme, wenn Sie sie zu lange bei Licht ausstellen. Deswegen ist ja auch in der Dauerausstellung zum Beispiel die Tapeten und so weiter, das sind ja alles nur bei Fotokopien und Textilien genauso. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum man natürlich, wenn man was hat, also eher in Glas oder Keramik zeigt, die also nicht so gefährdet sind bei einer Ausstellung. Und wie Sie es selber gesehen haben, wir haben nur eine einzige Goldschmiedin in der Wiener Werkstätte gehabt. Also wir selber haben nichts von ihr, das sind Leihgaben. Also das ist auch ein Material, das man ausstellen könnte für längere Zeit, aber wir haben es einfach nicht. Es ging ja jetzt um die Schausammlung eigentlich, die du angesprochen hast. Und es ist erstaunlicherweise so, dass wirklich sehr viele Künstlerinnen da vertreten sind, was man aber nicht wahrgenommen hat bis jetzt. Also ich hoffe, die Ausstellung hilft, dass man auch in der Schausammlung das mehr sieht. Die Mitarbeiter zum Beispiel waren ganz erstaunt, ja jetzt haben wir ja die halbe Schausammlung, also es ist übertrieben, aber wir haben sehr viel rausnehmen müssen. Da liegen jetzt überall Stellvertreter-Schilder, weil die Dinge jetzt in der speziellen Ausstellung zu sehen sind. Also sie sind vertreten, aber ich hoffe eben dadurch, dass jetzt die Namen bewusst geworden sind, dass man sie dann auch in der ständigen Ausstellung bemerkt sozusagen. Aber wir haben eigentlich auch überlegt, ob wir wirklich da einen stärkeren Fokus liegen oder ob wir da mehr Informationen bringen. Also es ist anscheinend auch die Idee von einer neuen Direktorin, da auch mehr Geschichten zu erzählen. Also gerade zum Beispiel im Zusammenhang mit den Spitzen über die Bertha Pappenheim genauer zu informieren. Was hat sie auch noch über das Sammeln hinaus gemacht? Also diese Idee von mehr Weiblichkeit im Museum ist ja ein Anliegen von der Lili Hollein. Also ich glaube, dass das mag da wahrscheinlich eben auch, weil in der Wiener Werkstätte ja überproportional viele Frauen tätig waren, in der Schausammlung halt viele Frauen vertreten waren. So ist es in den anderen großen Museen ja die längste Zeit nicht gewesen. Also jetzt erst beginnt man, eine Bronzia Koller aufzuhängen, eine Elena Luk-Schmarkowski aufzuhängen etc. Das sind alles Werke, die jahrzehntelang in den Depots geschlummert haben. Und ich glaube, das sollte man auch noch einmal betonen. Wir holen ja jetzt nicht irgendwelche unbekannten Dilettantinnen ans Tageslicht. Das Verblüffende ist ja, dass diese Frauen zu ihrer Zeit ja bekannt waren. Das waren teilweise Stars, also zum Beispiel die Wally Wieseltier. Die Bronzia Koller war ganz eng mit dem Klimtkreis verbunden. Die Teresa Fedorowna-Ries, diese Bildhauerin, der Karl Graus hat bösartig polemisiert gegen sie. Es geht ein Föhn durch den Blätterwald zu viel Fedorowna-Ries. Also die sind besprochen worden von der Kunstkritik. Die waren in der Sezession zu sehen. Die waren im Hagenbund zu sehen. Die waren in den ersten Galerien zu sehen. Diese Frauen waren sozusagen präsent in der Kunstszene. Und das war, glaube ich, auch das Verblüffende jetzt bei der Stadt der Frauen, dass das den Besucherinnen und Besuchern natürlich nicht bewusst war, weil das jahrzehntelang unter den Teppich gekehrt wurde. Ich habe jetzt eine relativ anachronistische, und ich bin sicher, Bernadette wird es nicht machen. Haben Frauen, die Kunstlerinnen, nicht Frauen im Allgemeinen, die Kunstlerinnen in der Stadt der Frauen, in der Wiener Werkstätte, und haben sie eine andere visuelle Sprache entwickelt? Haben sie es, oder wie schaut es aus? Haben sie eine andere visuelle, haben sie andere Perspektiven als Frauen entwickelt in ihren Kunst, oder war es irgendwie eine Auseinandersetzung mit Männern? Weil Wieseltier zum Beispiel, sie hat ein paar Sachen irgendwie infrage gestellt, Männerstereotypen von Frauen. Haben Sie irgendwie gefunden, dass Sie haben andere ästhetische Sprache oder visuelle Sprache entwickelt, oder war es... Ich, jetzt zurückblickend auf die Wiener Werkstätte, sehe ich das eigentlich nicht, dass es eine eigene ästhetische Sprache der Frauen gab. Sondern ich glaube, es war immer bedeutend, auch wo Sie zum Teil Ihre Vorbilder gesehen haben. Und wenn Sie an die Arbeiten von Dagobert Peche denken, die sind so weiblich eigentlich, dass die Künstlerinnen da wirklich auch viel Anklang gefunden haben dran, und dass es da manchmal, bei manchen Entwürfen es mir nicht ganz klar war, von wem ist jetzt der Entwurf, von Peche oder von einem der Künstlerinnen. Was ich nur glaube, ist, dass ebenso wie vielleicht Männer, oder wie jeder Mensch es gewisse einfach Talente gibt zu einer bestimmten Sache. Und dass eben deswegen die Künstlerinnen der Wiener Werkstätte eben speziell mehr Grafik oder speziell mehr Stoffe entworfen haben. Aber ich glaube nicht, wenn man sich, also die Kunst, egal ob in früheren Jahrhunderten oder jetzt, anschaut zwischen Männern und Frauen, also für mich gibt es keine eigene Sprache. Vielleicht muss man dazu sagen, dass Frauen oder Künstlerinnen natürlich die längste Zeit in gewissen Sparten sozusagen gehalten wurden. Das ist natürlich auch der Geschichte der Ausbildung geschuldet. Frauen durften in Wien ja erst 1920 auf die Akademie gehen und damit Akt studieren. Und den Frauen das Aktstudium zu verwehren, hat sie natürlich automatisch von der Königsdisziplin der Historienmalerei ausgeschlossen. Das heißt, man hat Frauen sozusagen, die das Stillleben, Porträt und Landschaft zu, also ihnen erlaubt, in diesen Sparten tätig zu sein. Es gibt so wunderbare, ein wunderbares Zitat von Eitelberger, der schreibt eben, ja also die Frauen sollen reizende Pilzstudien betreiben, ja, dafür sind sie ja geschaffen. Das heißt, es entsteht irgendwie dann so ein bisschen der Eindruck, aha, naja, die Frauen haben eh nur Stillleben gemacht, ja. Und wahrscheinlich könnte der Eindruck entstehen, Frauen durften ja eh nur Stoffe entwerfen und sonst haben sie eh nichts machen dürfen. Was ja nicht ganz stimmt. Sie haben ja ganze Raumausstattungen gemacht. Sie haben fast lebensgroße Keramikskulpturen gemacht, ja. Also das ist, geht ja dem, was man so unter weiblich jetzt landläufig versteht, so nette kleine Nippes weit hinaus. Und ich glaube, es ist wichtig, erstens darauf das Augenmerk zu legen, also inwieweit waren sie quasi gezwungen, bestimmte Sparten zu bedienen und wo sind sie aber auch ausgebrochen dann? Ich glaube, das ist wichtig, sich das auch anzuschauen. Ich wollte noch kurz darauf, im Kunstgewerbe verhält es sich ja ein bisschen anders, also auf der Kunstgewerbeschule vor allem gab es ja schon früher die Aktklassen speziell für Frauen. Und im Kunstgewerbe hat es eigentlich für die Frauen die Möglichkeit gegeben, diese Klischees auch aufzubrechen. Also wir können in der Ausstellung zum Beispiel oft eben Selbstporträts sehen, zum Beispiel auch in den Postkarten bei Entwürfen für Hüte. Wir hatten das bei der Mela Köhler gesehen, die sich darin selbst abbildet, also die aus einem Postkartenmotiv, einem Modemotiv eigentlich ein Selbstporträt macht. Genauso bei den Skulpturen, da ist es auch eine Grenzüberschreitung sozusagen in der Keramik, von der Gebrauchskrafik hin zur Bildhauerei. Das ist da möglich, dass man sich mit dem eigenen Körper auseinandersetzt und mit der eigenen Physiognomie. Also wir sehen ja bei den Köpfen und bei den Masken ständig eben Baudisch und Wieseltier. Also da war es möglich, das aufzubrechen oder zu umgehen oder zu unterminieren oder so. Diese Klischees eigentlich auch. Also das kann man auch in der Bildung, also in der Malerei und auch in der Bildhauerei beobachten, aber vor allem in der Malerei, dass Frauen sich sozusagen selbst darstellen, auch als Akt, also quasi sich so selbst befragen. Und Frauen mussten ja sozusagen die Aktmalerei erst erobern für sich und auch ihren eigenen Körper sich wieder zurückerobern. Also sie waren ja jahrhundertelang sozusagen dem Blick der Männer ausgesetzt und die Männer haben ihre Körper gemalt und sie haben ihre eigenen Körper ja gar nicht dargestellt. Also das mussten sie sich ja rückerobern. Und was mir aufgefallen ist, dass wenn Frauen weibliche Akte malen, sie einen, wie soll ich sagen, empathisch beobachtenden Zugang dazu haben. Diese Akte sind also in den seltensten Fällen erotisch konnotiert. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gab Frauen, die auch erotische, beispielsweise Buchillustrationen gemacht haben mit erotischen Szenen. Aber also sozusagen im großen malerischen Akt, würde ich sagen, geht es schon in diese Richtung. Es gab auch damals Frauen-Netzwerke. Frauen-Netzwerke, ja. Und heute Wien-Amige-Frauen-Netzwerke. Man sieht es auch in der Ausstellung selbst. Sie waren ein Teil von der Wiener Werkstätte, aber sie haben zusammen auch als Frauen gearbeitet. Auch in den Fotos. Es ist nicht gemischt. Sie sind Frauen-Fotos zusammen, arbeiten zusammen. Und es ist für mich immer noch eine offene Frage, ob als Frauen, als Kollektiv, haben sie etwas Besonderes geschafft, als Frauen-Kollektiv, ja. Nicht als individuelle Frauen. Und auch Megan Brander-Faller schreibt in ihrem Buch als eine feministische Einstellung, ja, gegenüber Kunst und Design. Sie wollten unbedingt bewusst Dekorative zurückzuerobern, ja. Nicht einfach von gegenlos und in einer weißen Wand und so. Es ist interessant. Wir haben verschiedene Meinungen über diese Frage. Jetzt, bevor ich gebe unserem Publikum auch ein bisschen Platz zum Fragen zu stellen. Ich wollte fragen, brauchen wir Frauenmuseen oder Frauenarchive extra, um die vergessene Frauen zu reklamieren oder wieder zu Bewusstsein zu bringen und extra Aufmerksamkeit an Frauen, Künstlerinnen und Frauen zu... Also ich glaube leider ja, inzwischen schon noch. Ich glaube, einfach um die Frauen sozusagen der Vergessenheit zu entreißen, muss man einmal ihr Oeuvre, ihr Leben und die ganzen Quellen aufarbeiten. Und wenn diese Frauen dann im öffentlichen Bewusstsein angekommen sind, dann brauchen wir das hoffentlich nicht mehr. Dann wird es selbstverständlich sein, dass man Künstlerinnen kennt, dass sie in den Ausstellungen genauso zahlenmäßig vertreten sind wie die Männer. Also dieses... Leider ist es ja immer noch so, dass in manchen Themenausstellungen halt, weiß ich nicht, von 100 nur 20 Frauen vorkommen, von 100 Künstlern nur 20 Frauen vorkommen. Und dass die Museums, das haben Sie eh auch angesprochen, dass immer noch zu wenig Personalen auch gezeigt werden, dass dann oft, das habe ich selber erlebt, argumentiert wird, naja, jetzt haben wir gerade eine Frau gezeigt, also das wird jetzt schon rett und tant, jetzt zeigen wir wieder Männer und vielleicht dann in zwei Jahren. Also solange die Situation so ist, muss man da unterstützende Arbeit leisten, glaube ich. Claudia, was ist mit einer, von der künstlerischen Perspektive, brauchen wir Frauenmuseum oder nein? Wäre es zum Beispiel für Sie eine Herausforderung, ein Frauenmuseum zu gestalten? Ich habe mir jetzt gerade drüber nachgedacht, ich habe eigentlich jetzt das erste Mal, dass ich darüber nachdenke, ob sowas... Ich weiß nicht, vielleicht wären die Ressourcen, also ich glaube, dass, was die Frau Fellner gesagt hat, ich glaube, dass es wirklich wichtiger wäre, dass man einfach eine Pressure aufbaut und einfach sagt, das gehört einfach dazu. Und nicht nur, weil jetzt machen wir halt einmal eine Frau. Das Interessante ist aber eben wirklich auch teilweise die Sammlungslage von den Häusern, die man hat. Also es ist ein bisschen schwieriger, Ausstellungen zu machen über Architektur des 20. Jahrhunderts oder des frühen 20. Jahrhunderts oder der Zwischenkriegszeit und dort die gleiche Anzahl Männer wie Frauen zu haben. Aber es gibt sehr viele Frauen, es hat sehr viele Frauen gegeben und es ist sehr interessant zu sehen, was die für Sensibilität gehabt haben, mit was für Themen sie sich beschäftigt haben. Ich meine, aus dem Stand könnte man sagen, man kann eine Ausstellung machen über Küchen. Küchen war ein typisches Frauenthema. Aus irgendwelchen Gründen wurde das abgeschoben in eine bestimmte Richtung. Ein ähnliches Thema hat eben auch mit Textilien zu tun. Textilien sind durchaus auch in der Kritik als etwas vorgenommen worden. Das ist etwas Weibliches mit dem tun wir uns als harte Typen nicht abgeben. Also da gibt es ganz viele Dinge, wo ich aber finde, oder wenn ich so ganz schnell was dazu sagen würde, denke ich mir, ist einfach viel wichtiger, dass in den Institutionen und auch mit den Ressourcen, die es gibt, das realisiert wird, weil du eben teilweise auf Sammlungen zugreifen musst, auf eine Geschichte von einem Haus, weil das einfach auch so Dialog ist. Das fände ich jetzt zum Beispiel einfach spannend. Wie macht das Marc jetzt weiter? Jetzt hat es eben diese Frau in der Wiener Werkstätte gegeben und die die Anne gesagt hat, jetzt kommt aber Hofmann und Beche. Aha. Und ich meine, what's next? Also da gibt es eben sicher noch Dinge, wo man sagt, da geht noch viel. Und zwar innerhalb von dem, was man hat und wie man das neu vernetzt. So denke ich immer. Also da gibt es einfach so ungeborgene Schätze. Also ich bin nicht für ein eigenes Frauenmuseum, weil ich habe dann den Eindruck, das ist dann so etwas Exotisches. Ich meine, wir haben ein Museum für Keramik, wir haben ein Museum für Emeilen, wir haben ein Museum für irgendwelche Hausgeräte und dann haben wir halt auch irgendein Museum für Frauen. Ich glaube, es ist sogar ganz, ganz wichtig, dass man das miteinander zeigt, dass man die gleiche Qualität eben auch aufzeigen kann und sagen, schaut, es gibt eigentlich keinen Unterschied. Und dass die Frauen Gott sei Dank jetzt rauskommen, ist ja nicht nur in der bildenden Kunst so, also in der angewandten Kunst so. Ist auch in der bildenden Kunst. Seit wann gibt es Dirigentinnen, die wirklich international aufscheinen? So lange ist es auch nicht her, dass die jetzt wirklich namhafte Orchester dirigieren können und das auch studieren können. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach nur zeigt, dass Frau und Mann, also wenn sie die gleiche Qualität haben, auch wirklich gleich gut sind und dass man sie auch gleich fördert und eben auch bei den Künstlern auch gleichzeitig gleich ausstellt. Ein Letzter, bevor ich die Puppe noch etwas... Mir fällt nur ein, es gibt ja ein Frauenmuseum in Hittisau in Vorarlberg. Das kenne ich, das kenne ich aber leider nicht, kenne auch nicht das Programm, leider. Aber es gibt es und sicher auch... Ja, in Bonn gibt es auch eins, ja. Aber ich bin eigentlich auch der Meinung von der Claudia, dass die Institutionen dran sind, hier aufzumachen und hier weiterzumachen, auf jeden Fall. Ich habe mich auch ein bisschen mit diesen Frauenhäusern auf Ausstellungen beschäftigt, also das Haus der Frau, was ja auf den Weltausstellungen immer eine Bauaufgabe war oder eben auch ein Teil der Ausstellung oder Köln 1914, Werkbund-Ausstellung, gab es ein Haus der Frau, übrigens von einer Frau entworfen. Und das hat dann, finde ich, eigentlich schon viele Möglichkeiten auch geboten. Also eben, dass es eine Frau entwirft zum Beispiel und dass hier auch geschlossen Künstlerinnen, Architektinnen und so auftreten, das hat es, glaube ich, vor allen Dingen in der Zeit gebraucht. Aber wie wir sehen ja, könnte es auch gut sein heutzutage. Oder wir schaffen das jetzt halt mit unseren Ausstellungen so. Aber so einen Fokus braucht es, hat es damals gebraucht und braucht es jetzt. Vielen Dank. Okay, gibt es eine Frage von Bernadette? Ja. Okay. Gibt es? Okay. Danke, Bernadette Reinhold von der Angewandten. Vielen Dank für die Diskussion. Ich glaube, ich möchte jetzt nur ergänzen, ich glaube, es hat ganz viel mit der Frage der Kanonbildung zu tun. Und dass eben, wenn man sich die Kunstgeschichtsschreibung anschaut, die Lexika, Künstlerlexika, dass spätestens im 19. Jahrhundert etliche Künstlerinnen, zum Beispiel so von Mispa Anguizola und andere da rausgefallen sind. Also da gibt es sozusagen dann eine Schere spätes 19. des Frühjahrs 20. Das hat sicher mit dem Stress, sag ich mal, durch die Frauenbewegung und so weiter zu tun, dass da nachgeschafft. Wir kennen alle einschlägige Schäfer und so weiter, die Theorien, dass die Frau, wenn sie künstlerisch schaffend ist, Deformationen und nicht mehr gewährfähig ist uns. Also das hängt alles zusammen. Und mit der Kanonbildung, ich glaube, das kam jetzt da auch nochmal, ist natürlich immer die Frage, wie lässt sich das vermarkten? Welche Bilder hat man? Wie viel Platz hat man? Und ich glaube, was Sie, Frau Schmuttermeier, gesagt haben, es ist schon eine Frage des Lobbyings. Und es hat sich da sicher auch in den letzten Jahren einiges verändert, nicht nur hinsichtlich Frauen, sondern überhaupt diese ganze Diversity, Sensibilität oder das, was du auch immer wieder schreibst, das Otherness. Also sozusagen, es geht ja nicht nur um Frauen, wie weit sind jetzt, ich weiß nicht, jetzt jüdische Künstler, Künstlerinnen oder Islam, schwarze, also wie auch immer, colored people und so weiter. Also ich glaube, da ist ganz viel in Bewegung. Und ganz kurz noch, ich glaube, jetzt auch in der Beschäftigung mit der Schütte Lihodzki, zum Thema Küche, sie hat, wie wir alle, oder viele wissen, hat ja gar nicht selber gekocht, das hat noch gehessen, in Frankfurt, das ist halt praktischer als Marketinggründen, wenn eine Frau das propagiert, sie hat das natürlich großartig gemacht. Es haben genauso viele Männer oder mehr Männer die Küche entworfen. Und ich denke, in der Zwischentrickszeit wissen wir, dass einfach ein sehr viel libertinares Geschlechterverhältnis geherrscht hat, als nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wenn man sich die, also diese erste Frauenbewegung, die eigentlich spätestens bei uns halt mit der Nazizeit oder mit dem Faschismus dann zu Ende war und nach 1945 war dann einfach Pause. Und ich glaube, wir arbeiten das immer noch ab. Es bewegt sich jetzt sehr viel und ich bin eigentlich auch gegen ein Frauenmuseum, weil wir sind dann wieder, die Ursula Brockhofer hat es gekriegt, dann wieder im Ghetto. Ich glaube, die Integration und die Wahrnehmung und Sensibilisierung, ja. Ich glaube, da muss man einfach mehr lobbying bei den Direktorinnen. Das ist, glaube ich, und spätestens seit dem Bauhausjubiläum. Ich habe den Eindruck, mit dieser Wahlrechtsjubiläum sind plötzlich ganz viele aufgewacht und Frauen haben auch was gemacht. Also mir kommt, falls jetzt viel Bewegung drinnen. Übrigens war es ein bisschen lang. Ja, es gibt Andrea und Andrea hier, die dritte oder vierte Reihe. Ja, auch vielen Dank für die Diskussion und noch in Ergänzung zu dem, was Anna Detrad gesagt hat. Ich wäre jetzt auch nicht so sehr dafür, ein Frauenmuseum für Künstlerinnen aufzubauen, weil eben, wie gesagt, Ghettoisierung, es hat ja auch die Jolie Johnson schon darauf hingewiesen, wie so etwas rezipiert wird anhand der ersten Ausstellung der VBKÖ. Und natürlich sind wir nicht mehr in dieser Situation, aber ein bisschen was davon schwingt noch nach, eben auch angesichts des immer noch fehlenden Kanons. Ja, und ich finde, ein guter Weg ist, Direktorinnen zu haben. Also seit wir im Jüdischen Museum eine Direktorin haben, kommen Frauen viel mehr zu Ehren. Also wir haben ja eine große Ausstellung gehabt über Fotografinnen, über Künstlerinnen. Es sind auch weitere Ausstellungen in Planung zu Architektinnen zum Beispiel. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, eines der, ja, das ungeliebte Wort Quote würde ich da auch noch mal in den Mund nehmen. Quote. Und eines der schönsten Feedbacks, das ich gehört habe zur Ausstellung über die jüdischen Künstlerinnen war, da sieht man endlich mal was Neues. Danke. Nein, Inge, ja, Sabine. Nein, ich wollte nur ganz kurz sagen, Frauenmuseum, also das ist vielleicht missverstanden worden. Ich glaube, dass es spezielle Frauenarchive, Frauen, Datenbanken, das braucht es. Ganz dringend, ja. Frauenmuseen, vielleicht im Hinblick darauf, dass in diesen Museen spezielle Frauenthemen besser behandelt werden können. Letztendlich aber sollten die Künstlerinnen von Qualität neben den Künstlern von Qualität hängen und nicht von ihnen getrennt. Also das muss schon das Ziel sein, natürlich. Ja, ich habe überlegt, das jahrelang wurde Frauen einfach nicht gesammelt, im Museum nicht gesammelt. Stimmt auch nicht ganz. Geil. Also da bin ich auch erst drauf gekommen bei der Recherche für die Stadt der Frauen, dass die österreichische Galerie sehr wohl Frauen angekauft hat. Die lagen nur halt dann leider im Depot. Also sie wurden gesammelt, aber nicht gezeigt. Ja, vor allem natürlich nach 1945 nicht mehr. Ja, okay. Inge? Ja, Inge Budbrezki. Ich kann tatsächlich bestätigen, dass es eine sehr lebhafte Frauenkunstszene gegeben hat in der Zwischenkriegszeit, die sich auch aus Presseberichten und Medienberichten erschließt. Diese Medienberichte sind oft sehr, sehr detailliert. Die Zeitungsberichte, die Ausstellungsbesprechungen, es werden teilweise wirklich alle Künstlerinnen, die in einer Ausstellung ausgestellt haben, namentlich genannt. Es wird interpretiert, es wird beschreibend berichtet. Also das war wirklich ein Thema. Ich war eigentlich erstaunt, wie lebendig und wie groß und auch wie vernetzt diese Szene damals war und die Notwendigkeit, auf diese Medienberichte zu rekurrieren, hat sich für mich vor allem bei einer Künstlerin, das war Sophie Korner, aber es betrifft auch andere, daraus ergeben, dass einfach zu wenige Bilder greifbar waren. Es waren einfach zu wenige Objekte auffindbar. Und ich würde das ganz, ganz wichtig finden, dass Institutionen, aber auch Sammlerinnen, eben Frauen kunstbewusst und ganz umfangreich ins Netz stellen und zwar mit Abbildungen. Also das wäre unglaublich wichtig. Ich habe zum Beispiel bei meinen Recherchen festgestellt, dass eine große deutsche Stiftung einen Teilnachlass von Margit Dery Adler erhalten hat, aus der Familie und diese Stiftung hat aber auf ihrer Website keine einzige der Arbeiten dieser Künstlerinnen gezeigt. Also da wäre wirklich wahnsinnig viel noch aufzuholen. Ich glaube, dass die Präsenz im Netz und die Präsenz online der Arbeiten, nämlich der Arbeiten mit Abbildungen wahnsinnig wichtig wäre. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Das war auch natürlich ein Hindernis an der Kuratierung der Stadt der Frauen, aber auch schon bei den jüdischen Künstlerinnen, Werke zu finden. Vieles ist ja in Privatbesitz, vieles schlummert auf Dachböden und die Menschen wissen gar nicht, dass ihre Tante, ihre Großmutter, ihre Großtante eine in den 20er Jahren bekannte Künstlerin war, weil es gibt, sie sind verschwunden, also man hat keine Abbildungen von diesen Künstlerinnen und gerade wie ich die Stadt der Frauen kuratiert habe, bin ich also, ich nenne jetzt keinen Namen, aber auf den Enkel einer der Künstlerinnen durch Glück gestoßen und er war zuerst sehr zurückhaltend und dann habe ich ihm über das Projekt erzählt und dass es ja nichts mehr gibt von ihr und so weiter und er hört sich das alles so an und dann sagt er, na kommen Sie mal mit und dann gehen wir in den Keller und er hat im Keller ungefähr 40 Ölbilder seiner Großmutter aufbewahrt und wusste aber eigentlich nicht, welche wichtige Persönlichkeit sie in der Zwischenkriegszeit war und ich bin überzeugt davon, dass noch so einige Schätze in privaten Kellern und Dachböden schlummern, aber auch in den Depots der Museen, also ich bin ja auch mit dem Sammlungsleiter des Belvedere ins Depot gegangen und wir haben die Frauen natürlich aus den hintersten Ecken herausgeholt, weil die halt auch nicht nachgefragt werden, die sind auch unrestauriert, auch ein großes Problem, eine Ausstellung zu machen mit diesen Bildern kostet ein Vermögen allein an Restaurierungskosten. Ein Schiele, ein Klimt, die sind alle in Top-Zustand, weil die ja dauernd auf Reisen gehen. Eine Johanna-Kampmann-Freund, die war in schrecklichem Zustand, ja. Ich bin dann also, irgendwann habe ich gesagt, okay, es wird jetzt nicht restauriert, wenn es irgendwie noch vertretbar ist, wird es eben unrestauriert gezeigt. Ich glaube, was auch wichtig wäre, man müsste eine kulturgeschichtliche Arbeit oder so irgendwas einmal vergeben, um nachzuforschen, warum verschwinden diese Frauen nach 1945? Sind die an den Universitäten dann auch nicht mehr in dieser großen Dichte zu finden als vorher? Haben die andere Aufgaben nach 1945? Warum sind die plötzlich weg? Warum kommen die dann wieder eigentlich erst so in 20 Jahre später dann wieder, aber auch nur sehr vereinzelt, weil wenn man sich diese ganzen Gruppierungen anschaut, auch in den 50er, 60er Jahren, die sind fast alle nur Männer dominiert. Und also es gibt keine Bilder und die sind, die wissen wir, die Abbildungen sind sehr, sehr wichtig. Aber warum? Was ist da passiert? Denn vor 1945, das wissen wir, gerade bei der Wiener Werkstätte, sind die sehr, sehr gut vertreten, auch in einzelnen Artikeln und so weiter. Also was passiert da? Es kann nicht nur der Nationalsozialismus sein, der die ausraten. Aber schon zu einem großen Teil, das hat sich auch bei den jüdischen Künstlerinnen gezeigt. Aber nicht nur, es muss auch noch irgendeinen anderen Grund geben. Ja, ich glaube, dass einfach die Nachkriegszeit, also nach 1945, sozusagen so eine Art Backlash in einen neuen Konservativismus bedeutet hat. Also so Kirche, Küche, Kinder, also die Frauen sollten bitte wieder zu Hause bleiben und den Männern das Spielfeld überlassen, auch im Berufsleben. Also es war gar nicht so erwünscht, dass die Frau arbeiten geht. Das war eigentlich eher für den Mann, sage ich jetzt einmal, despektierlich, wenn seine Frau arbeiten gehen muss und er seine Familie nicht erhalten kann. Also man hat die Frauen schon mehr in die Familien zurückgedrängt und daher war man auch nicht interessiert an den Geschichten von emanzipierten Künstlerinnen und emanzipierten Frauen. Ja, aber es gab auch einen anderen öffentlichen Diskurs nach 1945 und vor 1938. Es gab total verschiedene Diskurse, es gab keine liberalen Zeitungen am Anfang und sie mussten alles neu entdecken. Was gab es vorher? Es hat gedauert, ich glaube, bis die vielleicht die 60er Jahre, bis sie Josef Frank entdeckt haben, dann haben es gab irgendwie eine Entwicklung, diese Entwicklung, was werden wir nächstes entdecken. Dieser öffentliche Diskurs fällt immer noch, glaube ich, oder? Eine kritische öffentliche Diskurs über Kulturproduktion in Österreich, oder? Es gibt schon über Frauen Rolle in der Gesellschaft heute. Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden. Es gibt einen öffentlichen Diskurs, wo man sagt, man kann kritisch über verschiedene Sachen sprechen, oder es gibt die Frauenrolle in der Gesellschaft heute, die Frauennetzwerk heute in der Gesellschaft. Gibt es mehr Bewusstsein heute zutage? Also ich glaube, dass die vielen Ausstellungen über Künstlerinnen ja schon wissenschaftliche Publikationen, es gibt ja auch Initiativen von Kunsthistorikerinnen und Kunstvermittlerinnen, beispielsweise die Frauenstadt Spaziergänge, wo schon sehr bewusst versucht wird, einfach zu zeigen, es gab ja auch großartige Politikerinnen, Ärztinnen, Psychiaterinnen und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das Bewusstsein ist da schon sehr geschärft. Also gerade die Ausstellung Jüdische Künstlerinnen, weil Andrea Winkelbauer gesagt hat, es braucht mehr Direktorinnen. Naja, das Lustige ist, ich hatte schon in den 90er Jahren, also von 94 bis 96 mit einer Kunsthistoriker Kollegin, mit Gabriela Nagler, eine Artikelserie über jüdische Künstlerinnen geschrieben, in der neuen illustrierten Welt und wir haben das damals vorgeschlagen, dem Direktor des Jüdischen Museums, wollen wir nicht eine Ausstellung draus machen. Die Antwort war, Frauen, Künstler, nahtos interessiert niemanden. Und das ist jetzt rund 25 Jahre her, für Frau Sperer war das kein Thema mehr, also das war selbstverständlich, die Ausstellung zu machen. Ich glaube, es ist vieles im Mainstream angekommen, es ist zum Teil auch hip, wenn man es jetzt ganz salopp formuliert. Auf die Frage zurückkommend, warum, ich glaube, es hat auch mit dem Kanon oder mit den Präferenzen oder wie auch immer, innerhalb der Kunstgeschichte oder der Kunstkritik, also ich sage jetzt mal rein akademisch und es hat immer schon Kunsthistorikerinnen gegeben, natürlich prozentuell ein bisschen weniger als Männer, Designerinnen, Malerinnen und und und. Also die waren immer da und sie hatten zu ihren Zeiten auch dann entsprechende Auflösung, das haben wir jetzt eh schon auch gehört, zwischen Kriegszeit. Ich glaube, dass das, was man dachte, wenn man sich zum Beispiel als Kunsthistorikerin 1960 mit Künstlerinnen beschäftigt hat, war man sofort in einer bestimmten Ecke. Es ist im Prinzip ähnlich, wenn man sich mit Themen, ich weiß es auch von der Literaturwissenschaft, wenn man sich mit Kinder- und Jugendliteratur beschäftigt, ist man sofort in der Krabbelstube, also da hat sich glaube ich, also das fangt sich jetzt, also eh schon länger ist der Prozess im Laufen, ich glaube, dass auch, wenn man sozusagen irgendwie karrieremäßig weiterkommen wollte, war es sicher praktischer über Titian zu arbeiten, also über Malerinnen der Renaissance oder weiß ich nicht, also ich denke, dass da auch bei den Museumsdirektorinnen, es gab auch schon länger, früher Museumsdirektorinnen, die glaube ich einfach, der Mainstream war einfach white male, oder, also, und da passiert jetzt ganz viel und ich glaube, das hängt uns wirklich, es hängt uns, wir sind alle, glaube ich, jetzt von unserer Generation her, wir kennen das alles noch und mittlerweile wundert man sich, was eigentlich da passiert ist die letzten Jahrzehnte, es ist ja einiges passiert, aber es war halt immer ein bisschen gegen den Strom schwimmen oder man war in einer bestimmten Ecke halt situiert und ja. Ja, noch eine Frage? Mir ist eben beim Rundgang aufgefallen, die Ankündigung einer Ausstellung mit Katalog Frauenkunst. Meine Frage ist, was verstehen Sie unter Frauenkunst? Unterscheidet sie sich und wie von Männerkunst? Nicht nur im historischen Bezug, sondern auch gegenwärtig? Also, Sie beziehen sich wahrscheinlich auf die Vereinigung Wiener Frauenkunst, oder? da haben wir ja einige Beispiele eben von Ausstellungen, zwei waren ja eben auch hier im Haus zu sehen von dieser Vereinigung, die 1926 von Fanny Harfinger gegründet wurde und das glaube ich war eine sehr gute Idee, eben Kunsthandwerkerinnen oder Kunstgewerblerinnen und Künstlerinnen zusammenzubringen und dieses Netzwerk aufzubauen und zu stärken. Also das war eine ganz wichtige Institution, die mit vielen Ausstellungen an bedeutenden Stellen, Sie haben es glaube ich eh schon gesagt, auch Hagenbund eben und Hofburg und Sezession und so weiter. Ja, also die haben sich halt so begriffen, aber ich glaube nicht, dass sie eine spezielle Frauenkunst damit jetzt zielistisch auch verbunden haben oder so, ja, das war einfach die Vereinigung von Frauen, die künstlerisch arbeiten und ich finde sowieso persönlich da kaum Unterschiede, also da keine Unterschiede, nein. Dass das eher ein politisches Statement war, ja, also da ging es jetzt nicht darum, eine weibliche Kunst herauszustreichen im Gegensatz zu einer männlichen. Ein Problem gibt es immer noch und das ist einfach die Trennung zwischen angewandter und bildender Kunst, denn eine Keramikerin ist lang nicht so angesehen wie eine Malerin, das ist glaube ich auch heute noch der Fall und es ist eben auch, oder eine Glaskünstlerin ist, das ist ganz was anderes als wenn sie eine Bildhauerin sind oder eine Malerin und ich weiß auch aus meiner Vergangenheit, dass Schmuckkünstlerinnen es am Anfang auch nicht so leicht hatten, sich da in dem Männergewerbe durchzusetzen, und das kommt aber jetzt im Laufe der Zeit wirklich immer stärker und wir inzwischen haben ja viel mehr Künstlerinnen als Künstler eigentlich, was eine schöne Entwicklung ist, aber das ist auch noch irgendwo eine Zäsur, ja, und die wird glaube ich fürchte ich weiterbleiben, weil man halt einfach in der Keramik eher, das ist wie irgendeine Hausfrau, die kommt von der Kohn-Volkshochschule und die tut sich da selbst verwirklichen, als dass man wirklich die künstlerischen Werte hinter sieht. Genau, die Künstlerinnen leiden ja unendlich, dass sie eben nicht als Künstlerinnen angesehen werden, wurde ja dieser absurde Begriff Autorenschmuck irgendwie auch gefunden, um das aufzuwerten, Autorenschmuck, ja, also es ist eben nicht nur kunstanwickler Schmuck, sondern Kunstschmuck. Es ist eigenartig, dass es nicht funktioniert hat, weil gerade die Wiener Werkstätte ja versucht hat, diesen Unterschied zu nivellieren, ja, und eben auch gerade so was wie die Wiener Frauenkunst, die eben alle Künstlerinnen da zusammen vereint hat. Also gerade Sie, also die Wiener Frauenkunst hat ja darum gekämpft, dass sozusagen keine Hierarchie mehr besteht, dass sich alle Künste gleichen Stellenwert haben. Genau, also eben die ganzen ersten 30 Jahre des 20. Jahrhunderts wurde das versucht, aber selbst wir eben heutzutage machen einfach diese Unterschiede noch, ja, also sie sind immer noch da. Weiß ich nicht warum. Okay, ich habe eine letzte Frage für die Runde. Ich hoffe, Sie sind nicht so kompliziert für die Bewusstseinsgeschichte. Hätten Sie eine Wahl, um eine Möglichkeit, etwas Neues zu recherchieren über Frauen der Wiener Werkstätte oder Künstlerinnen oder etwas Besonderes wie zum Beispiel Rekonstruktionen der Wiener Frauenkunst-Ausstellungen oder etwas? Haben Sie eine Idee, was hätten Sie gemacht? Hätten Sie die Möglichkeit, dann noch eine Ausstellung zu quotieren oder noch eine? Genau das wollte ich machen, aber es will keiner. Ah, die Rekonstruktionen von der Wiener Frauenkunst-Ausstellung? Die Wiener Frauenkunst und über die Fanny Halfinger-Zakutzka fände ich es wahnsinnig spannend, eine Ausstellung zu machen. Bis jetzt wollte das niemand. Ich bin schon hausieren gegangen damit. Für mich zum Beispiel Maria Likarz ist überhaupt nicht, sie war total erfolgreich, sie ist überall präsent in der Ausstellung und niemand hat sie, Sabine hat jemand über Maria Likarz eine Monografie geschrieben? Okay, okay, okay. Ich bin so eine eine deutsche wie Sie, das ist aber schon länger her, aber ich finde, das ist für mich ein ganz großartiges Instrument. Das Problem ist auch, die ist eben so wie kann man vollkommen unbekannt. Ja, ja. Eine Ausstellung über Maria Likarz wäre super, aber es fällt so vieles an. Wir haben ja noch einen Teilnachlass von der Maria Likarz, der ist jetzt aufgearbeitet worden im letzten Jahr über ihre Arbeiten nach der Wiener Werkstätte. Ja, da können wir uns noch drüber unterhalten. Denn, das Interessante ist, dass der MRAZEK, der ja die erste Wiener Werkstätte Ausstellung 1967 hier ausgerichtet hat, ja noch Kontakt haben konnte zu einigen Künstlerinnen und da eben einiges an Teilnachlässen für das Museum erwerben konnte. Also den hat das auch interessiert. Inwieweit das jetzt in der Ausstellung dann ausgestellt war, weiß ich nicht, aber da ist doch noch auch viel eingeflossen, was erst jetzt aufgearbeitet wird. Da fragt man sich auch, warum das eigentlich so lange gedauert. Aber ja, es gibt noch viel Material und wenn man genau schaut, das ist jetzt auch noch mal zu den Biografien. Wir haben ja so viel gefunden, meine Mitarbeiter und ich, wenn man einfach danach sucht, dann findet man viel. Also da gibt es einiges auszuloten noch. Absolut. Ich glaube, es wäre vielleicht eine gute Idee, ein Netzwerk von Frauen zusammenzubringen, die also wirklich auch die Möglichkeit haben und die Zeit jetzt danach zu forschen. Denn das, was im Museum immer das Problem ist, ist einfach, dass sie als Kuratorin mit so vielen anderen Dingen zu kämpfen haben oder zu tun haben, dass sie einfach kaum zur Forschung kommen. Ja, das kann man machen, wenn man irgendwelche Forschungsprojekte vergibt an andere Personen, aber eigentlich will man ja selber gerne forschen und dies ist die Zeit nicht. Aber es wäre ja möglich, dass sich vielleicht wirklich einige Wissenschaftlerinnen zusammenfinden, die auch jetzt irgendwie gemeinsam sich auch unterstützend eben bestimmte Dinge aufarbeiten. Also das könnte ich mir auch eine gute Idee vorstellen. Okay, nachdem du gefragt hast nach Projekten oder nach Ideen, was man machen könnte, also es haben wir so eine Vielzahl von großartigen Künstlerinnen, die aber jetzt verbunden sind durch diese Institution der Wiener Werkstätte, die aber jede für sich natürlich zum Teil auch eine eigene Werkstätte hatte. Also das ist das, was mich so interessiert, zum Beispiel, brauche ich nur an die Hertha Buche denken, die hat ja eine riesige Keramikwerkstätte gehabt und viele andere von den Schmuckdesignerinnen und so weiter. Was haben die für eigene Werkstätten gehabt, was waren das für Betriebe, wie konnten sie sozusagen am Kunstmarkt sich durchsetzen, unabhängig jetzt von dieser Entwurfsarbeit für die Wiener Werkstätte. Das ist etwas, was mich interessiert und auch diese sozialen Rahmenbedingungen oder diese gesellschaftliche Positionierungen dieser Künstlerinnen am Kunstmarkt. Das wäre, glaube ich, auch noch eine sehr spannende Frage. Wir könnten endlich eine Gmunden-Ausstellung machen. Okay, vielen, vielen Dank für alle, ja, danke für unsere Diskussion. Wir sehen uns morgen um 10 Uhr hier wieder für die Vorträge und danke für die Beteiligung. Ja, schau, schönen Abend noch. Ja. Applaus